Ich habe es selbst jahrelang als Jurymitglied auch erlebt, dass diese besondere Auszeichnung so etwas wie ein Dankeschön der Kollegen an Kolleginnen und Kollegen ist für tiefes Denken, für Beharrlichkeit, für Wirkung auch. Also etwas über den Tag hinaus für ein Gesamtwerk. Und so ist auch die besondere Auszeichnung der Jury, um die es jetzt geht. Und ich bekenne jetzt sehr gerne, dass sie zu meinen absoluten Favorites und Lieblingsautorinnen und Autoren in dieser Republik gehört. Sie hat Analysen in genauer und vor allen Dingen auch schöner Sprache. Man muss sie lesen, das ist schöne Sprache, nicht selbstverständlich. Ihre tiefen Kenntnisse von Geopolitik, von dem, was in Umbruchgesellschaften passiert. Das ist einfach alles herausragend. Die besondere Auszeichnung der Jury, dotiert mit 10.000 Euro, geht an die wunderbare Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung. Begröße Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, studierte Slawistin. Sie war Korrespondentin erst in Moskau und dann in Kairo. Und jetzt spreche ich über das Spinning und Framing von russischer Regierung und Opposition mit der Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, mit Sonja Zekri. Sie war auch schon SZ-Korrespondentin in Moskau. Schönen guten Abend nach Berlin. Es gibt zwei Weltgegenden, die mich besonders interessieren. Einmal der Osten Europas und einmal der Nahen Osten. Ich habe damals Slawistik studiert und konnte Pan-Russisch, konnte damals Polnisch und war ein klassisches Kind, der Perestroika. Das hat mich begeistert, diese Freiheit, dieser Aufbruch, auch die journalistischen Möglichkeiten. Und der Nahen Osten, dem ich familiär verbunden bin, ein Teil meiner Familie, lebt dort. Das ist einfach eine unglaublich dynamische Weltgegend. Mit meiner Arbeit war ich eigentlich immer zwischen allen Stühlen. Zwischen politischer Berichterstattung und Feuilleton. Dann gibt es das politische Feuilleton. Und ich weiß nicht, ich war damals die erste Auslandskorrespondentin, die überhaupt die Osten Föilleton kam, was damals auch sehr zur Kenntnis genommen wurde. Und ich wollte mich auch nie in diese Kästchen einsperren lassen. Ein Ereignis, das mich tatsächlich sehr geprägt hat, ist der Arabische Frühling 2010, 2011 fing es an. Diesen Moment der Selbstbefreiung, des Aufbegehrens, auch der Selbstermächtigung, das war ein wirklich berauschender Moment. Und zum anderen hat man aber auch gesehen und ich habe gelernt, was dabei alles schief gehen kann. Und ich habe gelernt, dass Ruhe nicht Stabilität bedeutet und dass das Ende einer Diktatur nicht unbedingt der Anfang von etwas Besserem sein muss. Und es gibt manchmal auch lustige Momente, die nie Eingang in eine Recherche gefunden haben. Ich habe einmal eine Geschichte gemacht über russische Wassermelonen. Es gibt eine berühmte russische Wassermelone aus Alchangels. Und der Direktor der Zuchtstation kam etwas angeheitert von einer Dienstreise zurück und begrüßte mich mit den Worten, beschäftigen Sie sich mit Sex. Und dann habe ich nur gesagt, im Moment beschäftige ich mich eigentlich eher mit Wassermelonen. So, und jetzt bitte ich Harald Schumann um die Laudatio. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute diese Laudatio sprechen zu dürfen, muss ich sagen. Da geht es mir genau wie Sonja Mikisch. Was macht eine gute Journalistin aus? Darauf gibt es natürlich viele verschiedene Antworten. Die einen zeichnet ihre unbändige Neugierde aus, die sie zu Höchstleistungen antreibt, ganz gleich wie mühsam oder riskant die Recherche ist. Andere sind analytisch auf Draht und arbeiten sich hartnäckig in komplexe Sachverhalte ein, bis sie die Zusammenhänge so weit verstehen, dass sie sie dann doch auch verständlich beschreiben können, ohne sie zu verfälschen. Und dann sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen stark mit dem Mut gegenüber den Mächtigen, die alle irreführende Rhetorik mit Fakten kontern und dann Interviews auf Augenhöhe führen, anstatt nur Plattformen für Verlautbarungen zu bieten. Und außerdem glänzen natürlich die brillanten Erzähler mit ihrer Kunst, die Leser beim Schreiben an der Hand zu nehmen und sie bis zum Ende nicht mehr loszulassen. Und dann gibt es die wenigen von uns, die das alles gleichzeitig draufhaben. Und eine davon ist Sonja Zegri. Bei ihr war die Lust aufs Hingucken und Aufschreiben so groß, dass sie schon als Studentin im zarten Alter von 19 Jahren, für die ich vorhin schon erwähnten, Ruhrnachrichten damit begann. Und nach dem Studium übte sie sich ein paar Jahre als Freie, landete dann aber schnell bei der Süddeutschen, wo sie seit vielen Jahren glänzt, erst im Feuilleton, dann als Auslandskorrespondentin in Moskau, dann in Kairo als Ressortschefin des Feuilleton und nun seit drei Jahren als Kulturkorrespondentin eine wunderbare Position. Sie ist für nichts zuständig und darf alles machen. Das ist ein großes Privileg und Sonja Zegri nutzt es mit Bravour und beneidenswert, ich muss sagen manchmal sogar erschreckend produktiv für tolle Reportagen und starke Analysen, die sich auch noch Jahre später großartig lesen. Herausragend ist vor allem ihr Reportagestil. Da sucht sie die lebensnahe Einfühlung in die Protagonisten und schafft in der Beschreibung dieser Einfühlung ein unbefangenes Verständnis für fremde Kulturen und Schicksale. Da gab es zum Beispiel die Geschichte über den Elektriker Abu Ali Hussein im irakisch-kurdischen Dorf Mahmur. Der überlebte als einziger in seinem Dorf den Überfall der Truppen des islamischen Staates ohne zu fliehen und zwar nur, weil er ihn einfach verschlief. Zitat aus der Geschichte. Als er aufwachte, hörte er den Ruf des Muezzins, klar und rein wie nie zuvor. Vielleicht ein Freiwilliger, sagte er sich begeistert, eilte auf die Straße Richtung Moschee und stolperte in die Arme der Männer vom Kalifat. Und so entspann sich folgender Dialog. Dschihadis, Hände hoch. Abu Ali, meine Hände sind oben. Dschihadis, bist du ein Störenfried? Abu Ali, ich bin ein armer Hund. Dschihadis, gehörst du zu Barzani, dem Präsidenten des kurdischen Autonomiegebietes? Abu Ali, ich gehöre Gott. Und vorsorglich fügte er noch hinzu, dass er Lampen repariere und dieses verrumpelte Kabuff darüber sein Laden sei, woraufhin die misstrauischen Bärtigen ihn den Laden aufschließen ließen. Und an der Wand erblickten sie ein Bild eines Mannes mit Teerlocken und Halbmeterbart, also feinster Dschihadi-Style. Frage, plötzlich neugierig, wer ist das? Ich als junger Mann. Damit hatte Abu Ali die ersten zehn Minuten des Überfalls auf seinem Dorf überlebt. Und immer noch keine Angst? Und der Alte macht eine unübersetzbare Geste, in der Todesverachtung und Überlebenskunst, Demut und Größenwahn liegen. Und da sieht man eine... Moment. Und an dieser Stelle, da kommt eine Einfügung, für die möchte ich Sie nochmal nachträglich beglückwünschen. Da kommt nämlich dann, Zitat, Abu... Wie heißt er nochmal? Abu Ali ist eine Jahrhundertfigur, nicht äußerlich. Da sieht man eine unscheinbare, etwas abgerissene Gestalt mit dunklen Zähnen und Muttermal. Aber wenn er in immer neuen, wahnsinnigen Windungen von seinen Tagen mit der Terrortruppe erzählt, als wäre es ein lustiger Kartentrick, dann erkennt man den weisen Narren, der wie ein Schweig oder Forrest Gump nicht Opfer und Tod und dumpfes Heldentum feiert, sondern, Doppelpunkt, das Leben. Wunderbar. Wie kommt man bitteschön auf so eine Geschichte? Hab ich gefragt. Zikris Antwort spricht für ihre Methode. Gerade wenn alles ganz schlimm ist, muss man unbedingt auch lustige Geschichten erzählen. Man erreicht die Leute nicht nur mit Schrecken. Ganz nah ran ging sie auch im vergangenen Februar mit einem Stück über das Leben auf dem Schlachtfeld in Bachmuth. Dort traf sie den 25-jährigen Zugführer Sascha Tertuczny, genannt der Taktiker. Zitat Sie kamen aus Bachmuth. Ihre Stimmung war von einer anzisterische grenzenden Aufgekratztheit und die Geschwindigkeit, mit der sie durch die Dämmerung bretterten, halsbrecherisch. Blond, rotwangig, mit struppigem Vollbart sah der Taktiker jung aus, voller Leben. In ein Treffen am nächsten Tag willigte er sofort ein. Der Kampf um Bachmuth ist kein Hightech-Krieg, sondern ein archaisches Schlachten mit Schützengräben voller Leichern und Gegnern, die sich Auge in Auge umbringen. Manchmal weigerten sich die Soldaten morgens, ihre Stellungen einzunehmen, sagt Herr Tertuczny. Dann musste er entscheiden, ob aus Aufsicht, Aufsässigkeit oder Entkräftung. Ich sagte ihnen, ihr müsst die anderen ablösen, dann löse ich euch ab. Sind doch unsere Jungs. Die letzte Verabredung mit ihm findet dann nicht mehr statt. Am Sonntagmorgen schickt Herr Tertuczny einen gehetzten Zweiteiler aus Bachmuth. Sie brechen durch, kommen nicht weg. Am Sonntagabend meldet er sich noch einmal. Er schreibt, haben Jungs verloren, sechs tot, zwei gefangen. Dummer Tod. Das war seine letzte Nachricht. Ein Mitkämpfer schreibt, niemand wisse, ob er tot ist, ob verwundet, ob in den Händen russischer Truppen. Aber weil dies die Ukraine ist, wo die Menschen ein Wunder nie ausschließen, ist immer noch möglich, dass Sascha Tertuczny doch wieder auftaucht und einen dreckigen Witz macht und sich den Schrecken von der Seele lacht. Das geht sogar beim Lesen unter die Haut. Aber warum tut sie sich das an? So ein Risiko auch für sich selbst an die vorderste Frontlinie fragen, habe ich gefragt und Zekri antwortete ohne Zögern, ich musste das selbst sehen. Ich sehe mich als Medium. Ich muss den Schmerz durch mich durchlassen. Ich will mitfühlen, ohne Partei zu sein. Das ist eine verdammt harte, um nicht zu sagen brutale Anforderung, der sich, glaube ich, nur wenige Kollegen stellen. Also ich würde es nicht tun, muss ich ganz offen zugeben. Doch die auf diesem Weg erfahrenen Geschichten sind dann Meisterwerke der Aufklärung mit journalistischen Mitteln. Aber darauf beschränkt sich Zekris Arbeit nicht. Nicht minder stark sind ihre politischen Essays. Zum Beispiel als Frankreichs Präsident Macron es wagte, die Europäer als Mitläufer der USA zu titulieren, die Gefahr laufen, sich von Washington in einen Krieg um Taiwan hineinziehen zu lassen. Damals reagierten Politiker aller Couleur, auch viele Journalisten empört und warfen Macron vor, er spalte den Westen. Zekris stellte dann eine einfache Frage dagegen. Was soll das denn sein, der Westen, titelte sie und erinnerte daran, dass diese Wertegemeinschaft zwar von universellen Rechten spricht, aber der Rest der Welt die vermeintliche zivilisatorische Überlegenheit des Westens als besonders ausgefeiltes Ausschlusskriterium betrachtet. Je unschärfer die politische Topografie des Westens erscheint, desto leidenschaftlicher wird moralische Selbstvergewisserung betrieben, schrieb sie. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs wächst der Wunsch nach klarer Kante gegenüber Ländern wie Iran oder China. Nur sind dies zugespitzt formuliert, die Prominentesten unter den Diktaturen während die weniger exponierten Schurkenstaaten weiterhin ganz gut wegkommen. Ich hätte noch hinzugefügt, weil wir dort Rohstoffinteressen haben. Wehement legt Sekri Widerspruch ein, wenn plötzlich alles Russische aus dem kulturellen Geleben gestrichen wird. Zitat Die Geschwindigkeit, mit der langjährige deutsch-russische Kooperationen in Kunst und Wissenschaft beendet werden, in der ausgeladen und abgesagt wird, Ultimaten gestellt und Bekenntnisse abgefragt, in der nicht nur russische Künstlerinnen und Künstler, sondern auch ihre europäischen Partner befragt und bedrängt werden, ist atemberaubend. Dass im Internet die Aufforderung eines Bäckermeisters kursiert, den russischen Zupfkuchen nur noch als Zupfkuchen auszuweisen, mag ein Fake sein. Undenkbar ist es jedoch in dieser Stimmung heute nicht. Die Grundlage für diese und für viele andere Stücke dieser Art ist eine der wichtigsten journalistischen Tugenden überhaupt. Zitat Sonja Zekri, Wenn alle in eine Richtung laufen, dann fange ich an zu fragen, sagt sie. Oder anders ausgedrückt, Sonja Zekri hält stets dagegen, wenn das Feindbild wichtiger wird als das Verständnis von Zusammenhang und Kontext. Und darum lohnt es sich immer, ihre Artikel zu lesen, weil man gewiss was lernen kann. Dafür gebührt ihr unser Dank und dieser Preis. Ich gratuliere. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Zekri, was bewegt Sie zurzeit? Ja, was alle bewegt, der Rechtsruck in Deutschland, das bewegt mich. Beides hängt zusammen und beides bringt mich gerade um die Ruhe. Haben Sie den Eindruck, Sie haben ja sehr viel auch über Ukraine gesprochen und geschrieben. Haben Sie den Eindruck, dass dieser ganze Komplex jetzt so allmählich verblasst, verschwindet aus der Aufmerksamkeit, aber auch aus der Aufmerksamkeit der Kollegen, der Journalisten, der planenden Redakteure? Also ich weiß es von uns, dass wir uns bemühen, gleichmäßig noch eine Berichterstattung zu machen. Wir sehen aber natürlich, das Interesse nimmt ab. Wir alle wissen, es braucht nur ein großes und möglicherweise schreckliches Ereignis und die Aufmerksamkeit wird wieder da sein. Ihre Beiträge vernetzen ja gerne Kultur, aber auch Geschichte, aber auch menschliche Schicksale und sehr große Fragen nach Moral und nach Sinn. Versuchen Sie, Antworten zu geben. Also ich bin immer schon dankbar, wenn ich was verstehe. Ich habe gesagt, ich will das sehen. Ich bin in die Ukraine gefahren, um das zu sehen. Der arabische Frühling war wichtig, um zu sehen, wo fängt sowas an? Wie spielt sich sowas ab? Was sind die Akteure? Wie geht das weiter? Ich bin schon froh, wenn ich den Eindruck habe, ich habe ein bisschen was verstanden. Ich glaube, ich würde keine Welterklärung anbieten, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ich halte mich an manchen Punkten, wo andere dann ganz sicher in ihren Dingen sind, mich eher zurück und finde, man ist schon als Journalist gut beraten, wenn man nur die richtigen Fragen stellt. Und das versuche ich dann manchmal. Oder wenn alle schon Antworten haben, dann zu sagen, warum geben wir eigentlich diese Antworten und geben wir vielleicht diese Antworten oder wir beschreiben etwas auf eine bestimmte Weise nicht, weil das das wichtigste Thema ist, sondern weil wir auf diese Weise besonders gut beschreiben können. Und ich glaube, wenn man immer wieder auch sozusagen sich selber befragt und zweifelt, dann schafft man es auch, Widersprüche zu benennen und auszuhalten. Dazu passt ja auch ganz schön, im Film wurde das mal kurz deutlich, dass Sie sagen, ich will nicht in irgendein Kästchen. Sie ordnen aber auch das Weltgeschehen nicht in Kästchen ein. Ist das richtig? Kann man das überhaupt? Das Weltgeschehen einordnen? In Kästchen. Es geht jetzt um die Nachkriegsordnung oder es geht jetzt um Ost-West oder globalisierter Süden. Also die großen Vokabeln. Und es scheint mir, dass Sie das vermeiden. Ich glaube, es gibt eine große Kästchensehnsucht zurzeit. Ich glaube, die Menschen hätten sehr gerne Kästchen, weil Kästchen sind so schön. Man kann die zumachen und dann holt man die wieder raus. Und wenn man nicht mehr will, macht man die wieder zu. Und ich bemühe mich, das nicht zu tun. Und gleichzeitig entdecke ich aber, das wissen Sie auch, das weiß jeder, der mal rumgekommen ist, manchmal gehören Dinge zusammen, die man gar nicht erwartet hat. Und man entdeckt auf einmal Parallelen, die man aber dann, das erlebe ich manchmal, und deswegen bemühe ich mich, das eben zu schreiben. Es ist oft schwer, Parallelen auch begreiflich zu machen, weil man bestimmte Dinge gesehen und erlebt haben muss. Und man muss mit Menschen gesprochen haben. Und dann kann man sagen, euer Kästchen stimmt gar nicht, sondern das passt eher dazu. Und im Moment, glaube ich, ist eher Kästchenzeitalter. Sie gehen zu den Orten hin, wo es passiert und wo auch Schreckliches passiert. Gelingt es denn eigentlich, eine Balance zu finden zwischen Distanz des Reporters, der Reporterin und Empathie als Mensch? Oder soll man die Empathie weglassen, damit man bloß nicht aktivistisch rüberkommt? Ja, das sind wir oft gefragt worden, auch gerade bei Ukraine. Und jetzt mit Nahost stellt sich das natürlich nochmal in einer ganz anderen Brisanz, wenn man so will, oder ganz anders nochmal. Ich glaube, wenn man jedes Ereignis und jeden leidenden Menschen, den man sieht, als diesen Menschen nimmt, der leidet, dann ist man nicht aktivistisch, weil dann muss man immer auch den anderen sehen. Und in dem Moment, wo man den anderen sieht, gibt es keinen absoluten Anspruch mehr. Also bei der Ukraine war das immer so, dass dann gesagt wurde, ja, aber auch die Ukrainer haben das oft gesagt, also die waren dann auch anfangs sehr, sehr freundlich, ihr kommt zu uns und wussten natürlich, dass sie auch gute Presse brauchen. Und man muss aber nicht aktivistisch sein, wenn man nach Bachmut geht, oder Bachmut wurde ja gekämpft, aber wenn man nach Kharkiv geht, und man sieht einfach abrasierte Wohnviertel, da bin ich doch nicht aktivistisch, wenn ich sage, da haben früher mal Leute gewohnt, da lebt jetzt keiner mehr. Und dann spreche ich mit drei Leuten, die alle sagen, wie das ist. Also insofern ist dieses... Das ist so ein Totschlagargument häufig auch, ne? Ja, und ich finde aber, man kann dem gut was entgegensetzen, man kann, also wenn man wirklich, wenn man menschlich ist und wenn man empathisch ist, man muss nicht kitschig werden, das darf man auch mal, aber ich finde, man darf auch keine Angst vor Emotionen haben, weil jeder Mensch verdient irgendwann die Empathie. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke Ihnen. Klatzen Sie noch mal. Vielen Dank.